Also gut, Mr. Lines, zuerst mal brauchen wir eine hübsche kleine Aufnahme von vorn und später nehmen wir sie dann von der Seite auf. Sind Sie bereit? Wir sind hier, weil du diesem Drecksack 2800 Dollar geschuldet hast. Gucken Sie nach vorne, bitte. Ich war ganz sicher, dass die Nix-Posten fertig machen würden und ganz ehrlich, sie hätten es beinahe fertig gebracht. Würden Sie Ihrem Freund bitte sagen, dass er nach vorne gucken soll? Guck nach vorn. Warum bist du zu einem Buchmacher gegangen? Wozu brauchst du den? Kredit. Bitte nach vorne gucken. Er war der Einzige, der mir noch Kredit gegeben hat und jetzt guck nach vorn. Würden Sie ihm bitte sagen, dass er stillstehen soll, bitte. Was? Er soll stillstehen. Was macht er denn jetzt? Er steht ganz still. Er soll nicht Sie ansehen, er soll mich ansehen. Was? Guck in die Kamera. So ist es fabelhaft. Nicht bewegen. Was? Nur nicht bewegen. Die hängt mir langsam zum Hals aus. Können Sie mir sagen, warum er mir das antut? Ich will doch nur, dass er in die Kamera guckt. Ach, er guckt nicht in die Kamera? Nein, tut er nicht. Ist neu für mich. Was? Guck in die Kamera. Schon besser. So bleiben. Irgendwann muss ich doch mal entscheiden. Scheiße! 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 Sagt sie Scheiße oder sagt sie Scheibe? Scheiße! 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 Scheiße!